und damit herzlich willkommen zu einem neuen nasen überraschungsvideo ich habe mal wieder ein xbox 360 controller in der hand und werde angetippt da sich meine augen öffnen kann und ah ja okay das ist jetzt keine so eine große überraschung das spiel kenne ich das ist das ist flashback das ist für den super nintendo das hat eine ganz interessante geschichte auch und zwar ist das eines der ersten spiele mit motion capturing das heißt diese anfangsfrequenz hier gerade gesehen habt das war wirklich motion capturing das heißt der pixel match der sich da bewegt bewegt sich so wie ein echter mensch das war damals was ganz besonderes ich meine das ist von einem französischen studio gemacht worden und hat auch mehrere europäische preise bekommen allerdings das ganze hat mich als kind nicht interessiert ich kenne dieses spiel ich kenne dieses spiel als kind einfach als das spiel mit der verwirrenden steuerung der pistole wo man steinzeit menschen abballert so und zwar ist die steuerung richtig abgefuckt hier und zwar richtig okay hier habe ich hier kann ich pistole ziehen das heißt es ist genauso wie im letzten spiel übrigens beim letzten spiel habe ich nachgeguckt das ganze nennt sich blackstown und das ganze wirkt so als wäre es bei blizzard geklaut weil es von blizzard ist das ding ist unironisch von blizzard das kannte ich gar nicht ich weiß eigentlich von blizzard nur dass sie dieses micro machines irgendwann mal gemacht haben und das mit den zwergen blackstown das taucht in keiner blizzard history liste auf okay wir sind der typ hier in der jeans ohne das gesicht ich kann eine pistole ziehen so eine pistole ziehen wie feuer ich denn okay diesmal feuer ich auf x ich glaube da komme ich vollkommen durcheinander und ich habe sogar patronen hülsen so mündungsfeuer und patronen hülsen was könnte das sein das sieht eigentlich eher aus wie so eine bretter so eine bretter irox oder sowas müsse das sein noch mal kann sich drucken und schießen ansonsten man kann nicht so stimmt deswegen kam mir das mit der rolle auch so bekannt vor im blackstown weil man hier auch rolle machen kann so eine pistole wieder weg was habe ich sonst noch hier kann ich nach irgendwie gucken hier mache ich gar nichts gar nichts pistole select a genau schild pistole das ist sogar auf deutsch ich meine das war eines der recht wenigen spiele die es damals auf deutsch gab so pistole score gar nichts level easy schild 4 ok ich kann hier nur umschalten oder so ich meine wie komme ich hier wieder raus lass mich raus ich meine das hier wird super kompliziert und wenn man die anleitung nicht hat dann kann man sich das hier sowieso sparen okay hier geht es nicht weiter und irgendwas pieps die ganze zeit kann man kann man dafür sorgen dass es auf wird das ja fast schlimmer als dieses ding bei quake wie spring ich denn noch mal so falle ich zumindest gut zu wissen mir richtig fallen ist schon mal ein guter anfang einfach nach oben drücken ja ok ich komme nicht an die kante ran ich glaube man muss ja auch immer unglaublich präzise stehen und da man sich nicht hier pixel für pixel bewegen kann sondern nur schritt für schritt und zwar hat dass die hier so eine schritt mechanik ist das auch teilweise gar nicht mal so einfach diese dinger da richtig abzupassen oder ich kann einfach nicht hoch genug ach doch okay habe ich das richtige erinnerung hier ist irgendwas das weiß ich noch das muss man aufheben holowürfel wie hebe ich sachen auf runter und dann unten was drücken ah ja so ihr seht das geniale motion capturing hier wie wir hier diesen holowürfel holen und ich glaub sehr viel weiter als bei diesem holowürfel bin ich eigentlich nie gekommen okay das piepst wenn ich dazwischen bin ich meine hier muss man irgendwo so so was inventar fummliges machen so pistole credits holowürfel wie benutze ich diesen holowürfel start select jetzt bin ich wieder aus dem inventar raus so springen wir mal da hoch ne da gibt es nichts so kann ich hier durch man weiß auch immer ach das ding hat aufgehört zu piepsen das ist ja sehr nett man weiß auch nie wo man her kann und wo nicht also das ist nicht so ganz so klar die umgebung sieht zwar sagen wir mal interessant aus aber die ist nicht so klar lesbar das muss ich wieder gucken am besten immer irgendwo hingehen wo es nicht weitergeht und dann sind die schritte zurückgestellten meistens sind die schritte dann so richtig dass man dann dahin kommt wo man hin möchte ich möchte gerne hoch frösche jetzt jetzt hat es funktioniert warum auch immer und ich glaube da ist die nächste kante wo man hin kann ich sagte da ist die nächste kante wo man hin kann ja und schon wieder sind vor unten na klar ich bin mir aber relativ sicher dass man hier wieder hoch muss ach so genau noch mal zur erklärung gespielt dieses spiel hatte irgendwann ein kumpel von mir für den nintendo für den super nintendo natürlich das ist ein super nintendo spiel aus der videothek ausgeliehen hat das für so hat das dann für eine woche gehabt weiß ich kennt ihr das noch wahrscheinlich nicht und zwar super nintendo spiele und weiter waren damals ja unglaublich teuer was habe ich jetzt gemacht jetzt mache ich diesen würfel an das ist auch eines der ersten spiele die wirklich zwischen sequenzen hatten hatte replay ich glaube das muss ich mir einfach nur angucken so gibt euch die fünf fps goodness und diese realistischen augen wie bims hi konrad sie sind sicher erstaunt dass sie diese nachricht aufgezeichnet habe ohne sich daran zu erinnern gute frage aber es würde zu lange dauern alles zu erklären die zeit ist kurz und dann würde ihre haut und wenn sie ihre haut retten sie alter ist schwierig zu lesen wahrscheinlich ist das für euch ein bisschen besser zu lesen aber ich sie müssen mit alles klären genau da kann ich mich noch erinnern da sind wir mit als kinder auf dem lesen nicht hinterher gekommen ich habe hier damit das spiel nicht so ultra komisch aussieht halt so eine pixel renderung angemacht und das macht es halt ein bisschen schwierig die buchstaben auseinander zu halten so ok jetzt habe ich mir wahrscheinlich den wurf nein ich möchte das nicht noch mal sehen stimmt und zwar ich glaube ich kann hier irgendwie gegenstand umschalten ich habe hier jetzt auf blau den würfel liegen kann ich das mit select ändern holowürfel schild pistole ach so nochmal zum ausleihen von spiel und zwar ach ok jetzt habe ich die pistole wie freue ich die noch mal ab ich möchte in dem spiel mindestens irgendwas töten so bringt es mir hier was hier hoch zu spielen man konnte damals sich in manchen videotheken neben videos damals auch spiele ausleihen zum beispiel für super nintendo und da die ja unglaublich teuer waren wartet sich das gelohnt und kumpel von mir hat sich halt das spiel hier ausgeliehen und das haben wir dann für so ein für so eine woche und so weiter immer wieder gezockt aber wir sind nie wirklich weit gekommen allerdings weiter als ich hier bin weil man hier wirklich wo geht es denn hier weiter also ich meine dass diese braunen pixel da oben eine weitere kante sind wo man dran kommt dran kommt aber wenn ich einen schritt weiter geht dann bin ich ja wieder unten und wir haben da wirklich wochen gedauert bis wir dann wahrscheinlich auch beim erst endlich mal beim ersten gegner waren hat das irgendwas mit dem gibt es hier so portale das hier ist ja auch so ein bisschen science fiction wenn man schon holo wofel hat ja wieder richtig stellen naja das ist auch nicht richtig so das ist auch schon zu weit so bums stößt immer den kopf das heißt wieder irgendwo hingehen wo man nicht mehr weiter kann dann wird dann werden die schritte zurückgesetzt und dann kann man wieder da hoch ich meine jetzt geht er da hoch nein nein jetzt warum auch immer das jetzt funktioniert und sonst nicht ach so mit der pistole können wir sowieso nicht viel machen nochmals ab ins inventar das ist hier pistole ruwürfel schild start start select jetzt habe ich schild ausgerustet jetzt nehme ich eine pistole jetzt mache ich gar nichts jetzt gucke ich doof nach oben also zur anderen seite jetzt mache ich auch nichts ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen plan was ich jetzt hier noch machen soll das bedeutet ich werde wahrscheinlich okay zehn minuten ist auch eine gute zeit ich werde jetzt wahrscheinlich hergehen und mir bei youtube irgendwie angucken wie jemand das spielt versuchen wir das einigermaßen zu merken und dann wenigstens irgendwo hin zu kommen wo ich dann noch mal die pistole benutzen kann ich meine hier sind so steinzeit menschen mit so riesigen schrotflinten unterwegs was immer das für dinger sein sollen so dann würde ich sagen dann endet hier dieses video dann könnt ihr hier meinen kanal abonnieren dann könnt ihr hier einen anderen kanal abonnieren videos gucken von mir und dem jeweils anderen kanal dann würde ich mich noch mal ganz herzlich über zuschauer also bei über follower bei twitter und instagram freuen da nochmal vielen dank fürs zusehen und bis dann abonieren 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 abonieren